Was geht Leute und herzlich willkommen zurück zu F1-24. Heute geht's auf zu einem normalerweise echt geilen Rennen, immer nach Las Vegas. Oft sind die Karriere-Rennen hier super spannend, viel viel Action, viel Chaos, auch mit Red Flag Safety Cars. Vielleicht ja sogar in dieser Saison, in der wir so gut wie nie mal einen Safety Car oder ähnliches hatten. Die WM, kleiner Spoiler, aber alle die das verpasst haben, selber schuld. Die ist seit dem letzten Mal entschieden, die Fahrer-WM. Dort konnten wir uns den wichtigsten Pokal von allen sichern, sind Fahrer-Weltmeister. Somit geht's aus einer egoistischen Sicht natürlich um nichts mehr in den letzten beiden Rennen. Aber die Konstrukteurs-WM, die ist noch alles andere als entschieden. 54 Punkte trennen Red Bull und uns da. Das klingt nach viel, aber man kann als Team maximal 44 holen an einem Wochenende mit Doppelsieg plus schnellster Rennrunde. Wenn man das dann so sieht, das sind noch 88 Punkte zu vergeben, maximal, dann sind die 54 gar nicht so super komfortabel. Ist natürlich eine geile Position, klar, aber dennoch dürfen wir uns da nicht ausruhen. Ich möchte auch diesen zweiten Titel haben. Ich will hier echt alles abräumen mit der Scuderia. Wir bräuchten eben diese 44 Punkte Vorsprung nach dem Rennwochenende, mindestens noch, um den Titel schon safe zu haben hier in Vegas. Keine Ahnung, ob das gelingen wird. Da alle Szenarien durchzuspielen, ist auch unmöglich, weil das ja nicht nur von uns abhängt, sondern auch von den drei anderen Fahrern bei den beiden jeweiligen Teams. Aber ich möchte trotzdem einfach alles raushauen fürs Team und auch für mich selber. Auch wenn man so hier noch ein Podium oder vielleicht den Sieg einfährt oder so, ist das ja eine geile Sache. Egal, ob der Titel schon entschieden ist oder nicht. Und falls das hier nichts werden sollte mit der Konstrukteurs-WM, ist es natürlich entscheidend, uns eine gute Ausgangssituation zu verschaffen für Abu Dhabi. Also es wäre ganz schlecht, wenn wir hier beide DNF'n und Red Bull holt einen Doppelsieg oder so. Dann geht es beim nächsten Mal richtig ab. Wäre für die Spannung super. Also dahingehend auch gar nicht mal verkehrt. Aber ich will das Ding schon auch haben und dafür wäre es vielleicht nicht so das Allergeilste. Rein geht's direkt in dieses Rennen hier. Ich freue mich drauf. Ist normalerweise eine gute Strecke für uns gewesen hier in diesem Spiel. Also ich glaube, wir können hier besser performen als in Brasilien beim letzten Mal. Das Wochenende war ja an sich echt kacke. Der WM-Titel hat das halt gekrönt. Aber auf der Strecke selber waren wir nicht so gut. Ja, guter Auftakt in dieses Qualifying. Noch kein perfekter, aber ich gehe fast davon aus, dass wir hier in Q1 gar keine perfekte Runde brauchen. Zumindest wenn man sich so die bisherigen Karriererennen hier in Vegas anschaut. Da ist schon davon auszugehen, dass wir hier heute eine größere Rolle ganz vorne spielen können, als das in Sao Paulo. Der Fiber, letzte Kurve, natürlich alles easy Vollgas und dann kommt auch die Linie schon unmittelbar. Uh, okay. Vielleicht brauchen wir aber doch etwas in Richtung Perfekt zumindest mal. Vesti darf nämlich auf gar keinen Fall vor uns sein. Doch wenn man hier von dem RB oder Sauber besiegt wird, ist man raus. Weil die werden mit Sicherheit die letzten vier Plätze einnehmen. So ist das zumindest zu allermeisten. Oh, wow, okay. Im ersten Sektor passt alles. Da sind wir lila sogar recht deutlich. Alonso ist, glaube ich, der nächst Schnellere. Der ist zwei Zehntel langsamer gewesen. So rum, ja genau. Aber trotzdem fehlt uns sehr, sehr viel. 1,4 Sekunden auf die Spitze. Eine Sekunde alleine mal auf unseren Team. Mit beide Williams hier super. Das könnte so eine kleine Williams-Strecke werden. Ich glaube, von denen kann man viel erwarten. Ja, wir müssen noch mal raus. Auf jeden Fall. Also da waren Fehlerchen dabei. Ob die jetzt eine Sekunde ausmachen, weiß ich nicht. Ich hoffe es mal. Oh, riesen Untersteuernder. Oder was? Einfach zu spät gebremst. Keine Ahnung. Nennst du, wie ihr es wollt. Auf jeden Fall war es nicht optimal. Und das hier ist auch nicht optimal. Weil die Kurve scheiße ist. Man kommt da rum. Man sieht nicht, wo man bremsen muss. Man sieht die Kurve nicht. Ich hasse die schon immer. Oh, Mann. Jetzt haben wir Druck. Jetzt geht es gleich. Im letzten Run darum, hier aus Q1 rauszukommen. Also sowas habe ich hier bei weitem nicht erwartet. Ich dachte wirklich, das wird ein easy Top-5-Qualifying oder so. Ehrlich gesagt. Aber davon ist das gerade Meilen weit weg. Weil es jetzt auch natürlich nicht gut gefahren war. Das ist klar. Aber auch wenn, haben wir glaube ich trotzdem Probleme. Die Pace ist nicht so da. Wir sind auf P18 zurückgefallen. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ist so offen, wie es nur geht eigentlich, weil beide Red Bulls gut sind Unser Teammate jetzt auch nicht überragend auf Platz 9 Achtzehntel weg von der Spitze Eieiei, das wird hier ja was ganz anderes, als ich dachte Was ist denn hier passiert? Wundert mich total, wundert mich total Gut, bislang waren wir nur im Williams immer unterwegs, hier in Vegas Wo Williams hier steht, das sieht man Also vielleicht Sind wir hier nicht gut, sondern ist der Williams hier So mega gewesen Ich weiß es nicht, dieser beste Motor damals, das hätte Schon eine Rolle gespielt haben können Ja krass, riesen, riesen Überraschung Aber, ja, kann man nix machen Müssen wir, müssen wir einfach das Beste draus machen Im Rennen gleich Das ist auf jeden Fall unsere erste Handlung als Weltmeister Ein Q1 aus Sehr, sehr gut Das ist die Einführungsrunde Und die Stimmung steigt Während der Start des Rennens immer näher rückt Welches Team wird sich durchsetzen? Wer hat heute die richtige Strategie? Gleich werden wir es wissen Ja, also ich glaube Jetzt steht fest, dass Dass unsere Stärke auf dieser Strecke Eher am Williams lag Erste Startreihe Für unser altes Team Ey, Props, Applaus Man, richtig, richtig gut Ich hoffe, die machen das da vorne Wäre natürlich auch nicht schlecht Würde Red Bull Punkte wegnehmen Rein geht's In diesen Grand Prix von Las Vegas Wir starten hier in dieser letzten Kurve So halb, das ist natürlich auch keine optimale Voraussetzung Für einen guten Start Aber trotzdem war das mal einer unserer besteren Und es gelingt direkt die ersten Positionen gut zu machen Ging von der 16 aus ins Rennen Durch Gridstrafen für wen auch immer Also das war schon mal eine kleine Hilfe Und der Start ist auch eine kleine Hilfe Wir klopfen so halb schon an An der Top 10 Und das früh in diesem Rennen Das ist natürlich eine super Sache Vorsichtig Könnte es jetzt langsam werden Marklussen ganz mutig gegen seinen Teammate Hinein in den unbeliebtesten Teil Meinen unbeliebtesten Teil dieser Strecke So rum Ja, und ich weiß auch genau warum Hier haben wir auch einmal eine WM weggeschmissen Falls ihr euch erinnert In der Mod-Karriere damals Seitdem, spätestens seitdem Hasse ich das da über alles Und an diesem Wochenende Macht es mir diese Kurve auch nicht leicht Oder ich mach's mir da selber nicht leicht Wie auch immer Rat an Rat jetzt mit K-Mack Durch diese ganz schnellen Kurven Hier im Mittelsektor Das ist auf jeden Fall die Chance Gegen den Dänen Die Position klar zu machen Jetzt hier innen Da außen sollte er keine Chance bekommen Super Auftakt in dieses Rennen Vier Plätze schon gut gemacht Was mir aber viel eher Sorgen macht Ist die Pace hier an diesem Wochenende Ich fürchte fast Dass dieses schlechte Qualifying Kein Zufall war Sondern dass das einfach Ungefähr die Position war Auf die wir gehören heute Wenn man auf die Karte blickt Der zweite rote Punkt Leclerc Der ist jetzt auch nicht gerade In luftigen Höhen hier unterwegs Also dieser Ferrari Der struggelt hier auf dieser Strecke Und allgemein zuletzt Also wenn man Weiß ich Wenn wir Nicht in der ersten Hälfte der Saison Oder wann Wann war das Am Anfang der Saison Zur Mitte der Saison rum So viele Punkte geholt hätten Dann wäre das hier wohl nichts geworden Mit dem WM Titel Weil die letzten Rennen Echt allesamt Nicht so Nicht so weltmeisterlich waren Oder zumindest einige davon Brasilien war nicht so ein geiles Wochenende An Baku erinnere ich mich immer noch Da war es auch ganz schwierig Das hier scheint auch tricky zu werden Also Ja Gut das es davor so stark lief Und dass da das Auto auch noch besser war Ich meine das Das lässt sich ja alles erklären Durch die Performance Die einfach schlechter geworden ist Oh Charles Neunter Den sieht man da vorne Der hat gerade Zwei Mickrige Punkte inne Puh Also Ich sehe hier heute Keine KonstrukteursWMs Entscheidung leider Da müssen wir echt Schadensbegrenzungen betreiben Um es in Abu Dhabi So leicht wie möglich zu haben Ich bin auch echt Sehr sehr dankbar Dass Williams hier so stark ist Gerade Ja Ich habe echt keinerlei Pace Ich habe versucht alles an ERS wegzuballern Und da vorne dran zu bleiben Aber jetzt werden wir hier Völlig aufgefressen Von Magnussen Es ist nicht gelungen Mit Hülkenberg mitzuhalten Es ist nicht gelungen An einem Haas dran zu bleiben In der zweiten Runde Eines Rennens Wir sind hier im Haas Alpin Sandwich Da willst du nicht sein Oh der Topspeed ist unterirdisch Sobald wir das ERS ausmachen Hilfe Hilfe Kommt der Gasly da hinten angeschossen Magnussen schnellste Rennrunde Na super Oh das wird eine harte Nummer Das wird eine ganz harte Nummer Also wenn wir hier irgendwie Einen Punkt zumindest mitnehmen Dann wäre das schon echt Nicht so verkehrt Wir müssen uns hier auf Auf die Williams verlassen Auf Leclerc verlassen Und einfach hoffen Dass Red Bull auch nicht so optimal abliefert Ich meine da vorne sind auch noch andere Da sind die Estons Die Mercedes Die können die Red Bulls Schon auch mal ärgern Boah also wir sind ja nicht nur langsam Wir sind echt scheiße Für einen Weltmeister Wir gurken hier auf Platz 13 rum Und das völlig verdient Und ich habe auch eher das Gefühl Dass es gleich noch weiter nach hinten geht Als irgendwie nach vorne Immerhin werden wir jetzt mal Das DRS auf KMAC mitnehmen oder? Obwohl muss auch nicht mal sein Der Messpunkt ist hier erst auf der Gerade Doch das wird wohl reichen Aber trotzdem Nur gerade so Obwohl der uns in der letzten Runde Erst überholt hat Ausgeiz direkt dran Ich glaube das war wohl derjenige Von dessen Grid Strafen Wir profitiert haben Ich kann ums verrecken Diesen Bremspunkt da nicht Nicht richtig treffen Gegen den werden wir aber eh Schlechte Karten haben Der sollte hier hinten ja gar nicht sein Boah das ist einfach wirklich langsam Es ist schockierend langsam Was wir hier abliefern Das erinnert mich so ein bisschen An eins dieser guten alten Desaster Rennen Aus der ersten Saison Kennt ihr die noch? Als ich auch öfters mal einfach Gerage quittet habe Weil das so unerträglich war Weil wir nur hinterher gefahren sind Ganz so extrem ist es hier Natürlich noch nicht Und ich glaube Das wird es auch nicht werden Aber Schön ist trotzdem anders Wir haben auch keinerlei Chance Irgendwie mal zu kontern Wenn wir überholt werden Oder so Das ist einfach nur eine Frage Der Zeit Bis derjenige dann aus dem DAS Raus wird Dann sind wir mal dran An Oscar Würde hier jetzt natürlich Keinen Sinn machen zu überholen Aber das ist zumindest mal etwas Vielleicht können wir mit dem Ja so ein wenig mitziehen Aber ehrlich gesagt Bezweifle ich das Ich meine Wir konnten nicht mit Magnussen mithalten Aber der scheint auch schnell zu sein Mit der Fastest Lab Das ist schon erstaunlich Ja gut Jetzt muss ich einfach mal runterkommen Die Situation akzeptieren Das ist halt hier so Wir werden hier heute strugglen Wichtig das Beste draus zu machen Ganz ganz wichtig sogar Immerhin sind alle sehr nah beieinander Fast das komplette Feld Bis auf kleinere Lücken Ist ein riesen DAS Train Also das ist eine super Sache Selbst die Führenden sind Zeitlich noch gar nicht so weit weg von uns Dafür dass wir 14er sind Oh egal Alter Gasly da hinten Was wir haben auch DAS auf Oscar What the fuck Was war das denn Raketen Topspeed von dem Alpine Dass ich das noch erleben darf Wahnsinn Ey da machst du nix Wir müssen hier Ich weiß Weil jetzt wieder alle schreiben ERS Management ERS Management Ja Wenn wir kein ERS benutzen Dann werden wir aufgefressen Komplett Das ist so hoffnungslos scheiße Das gibt es gar nicht Das tut echt weh Also man legt sich natürlich immer Vor so ner Folge Oder vor nem Rennen Irgendwie ein Szenario im Kopf Zurecht Was man so erwartet Ich mein wir spielen hier nicht zum ersten Mal Ich hab natürlich die letzten Rennen hier so im Kopf Und das ist wirklich meilenweit weg von dem was ich erwartet hab Ganz ganz meilenweit Aber es gibt auch positive Nachrichten Zumindest mit Oscar halten wir jetzt mal mit Also das ist wenigstens etwas Hab ich so jetzt nicht unbedingt kommen sehen Und dadurch gelingt es jetzt auch Von Gasly wieder wegzuziehen Der Franzose erstmal raus Was denn der ist Also es bleibt zu hoffen Dass wir vielleicht das Schlimmste überstanden haben Das hier ist nämlich jetzt echt akzeptabel Solange ich nicht das Gefühl hab Dass wir nur durchgereicht werden Ist ja alles okay zumindest Und ich bilde mir sogar ein Dass wir ein bisschen aufschließen Auf dieses riesen Grüppchen da vorne Das ist natürlich auch nicht so verkehrt Come on Vielleicht geht hier doch noch was Jetzt wird es wohl erstmal wieder vorbeigehen an Oscar Ich weiß gar nicht Ob ich das so unbedingt möchte Oder ob es schlau ist Aber hier hat man wohl fast keine andere Wahl Oder? Äh doch ich glaub wir haben eine andere Wahl Da kommt ein bisschen ERS Nicht dass das hier noch in die Bremszone hineingeht Das Duell Aber Das ist echt Das ist wild Der Top Speed ist kacke Dabei bleibt es Selbst mit DRS waren wir da jetzt nicht wirklich schneller Und somit kommt hier auch auf Start und Ziel Wohl direkt der Konter vom Australier Oder? Na komm bleib bitte dahinter Bleib bitte dahinter Bleib dahinter Wir schließen gerade so ein bisschen auf zu denen da vorne Da dürfen wir jetzt keine Zeit liegen lassen Die nicht notwendig ist Wow Das ist mal eine Wendung Mit der ich vorne und hinten nicht gerechnet hätte Wirklich Äh Wir holen da auf Wir holen da auf 1,5 Sekunden noch Mit dieser Pace sind wir in der nächsten Runde da dran Und das aber ohne hier wirklich schneller zu werden Die werden einfach langsam Und die sind auch immer noch alle beieinander Das ist die komplette Top 12 Die sich da einfach nur hinterher fährt Das gibt es gar nicht Vorne übrigens immer noch einen Williams vielleicht sogar beide Während jetzt hier wohl Oscar wieder ankommen wird Aber das cleverste was wir tun können ist das einfach zuzulassen Krass Und wie ich es angesprochen habe An genau dieser Stelle vor einer Runde Wir sind tatsächlich dran Wir sind dran Oscar wird da jetzt gleich das DRS haben auf Magnussen Problem ist halt so wie es scheint Dass da vorne nichts geht Weil die einfach alle das DRS haben Aber überhaupt da mal dran zu sein Und somit noch auf Punkte hoffen zu können Ist schon super Hier wird es langsam Da verbremst sich auch jemand Oh Gott Das war glaube ich der zweite McLaren von Checko da vorne Somit könnte es jetzt hier vielleicht doch ein bisschen Action geben Unerwartet Weil da jetzt nicht mehr alle das DRS haben werden Ey gleich steht die Boxenstopp-Phase an Da geht es dann auch nochmal richtig zur Sache Und jetzt geht es ab Jetzt geht es ab Hinaus hier auf den Las Vegas Strip Oh Gott oh Gott Ah ne es geht nur wohl was gegen Oscar Jetzt ja den Bremspunkt treffen Du Idiot Äh Getroffen ist was anderes Aber ein bisschen früher Aber lieber zu früh Als da in die Haars vorne reinzuschießen Immer noch Rad an Rad mit Oscar Der sich durchsetzt Weil wir keine Traktion haben Weil das ja auch nur ein Formel 1 Auto ist Was keinen Grip hat natürlich Rad an Rad davor Oh Gott durch diese letzte Kurve Dadurch entsteht jetzt nach vorne Aber so eine kleine Lücke Wow Wie ist denn dieses Rennen hier nochmal so in Fahrt gekommen Damit habe ich euch gar nicht mehr gerechnet Nach dieser Anfangsphase Ich dachte nur dass wir es hier gleich zu tun haben werden Mit den Sauberts und RBs oder so Aber nix da Wir kämpfen hier um Punkte Wie schon erwähnt Jeder einzelne Punkt ist wichtig Für die Konstrukteurs-WM Und kann vielleicht ja sogar dazu beitragen Dass wir heute schon Konstrukteurs-Champion werden Hier in Vegas Außenrum jetzt vorbei An Oscar Den hätte ich endlich mal gerne Ja den haben wir aber An dieser Stelle muss das nicht viel heißen Aber ich kriege einmal diese Kurve hier an diesem Wochenende okay hin Das ist doch mal was Was ganz Feines Seltener Anblick Die Haas Oh Gott oh Gott ist das langsam Wow Sehr sehr langsam Oh und es geht ja auch immer noch weiter oder Ja Keine Überholstelle hier Aber ich weiß nicht Ich will es jetzt irgendwie wissen Und ich meine was heißt keine Überholstelle Überholen kann man hier schon Aber das ist jetzt nicht so das Typische Was man machen sollte irgendwie Vor allem weil hier direkt die lange Gerade kommt Auf der es viel leichter ist Aber wir haben es durchgesetzt Oh oh ja Aber das war nicht so clever Und auch hier jetzt mit 0% ERS zu sein Ist überhaupt nicht clever Alles klar Alles klar Gott sei Dank Ich habe das DHS auf die Haas mitgenommen Wir werden hier völlig aufgefresst Oh Gott Zu 5 nebeneinander oder so Was habe ich getan mit diesem ERS Oh Gott wir bleiben vorne Alter was war das denn Das war vielleicht eine der krassesten Szenen überhaupt Obwohl ne aus der Perspektive sieht es gar nicht so dramatisch aus Das waren nur die McLarens Und alle anderen halt aber nah dahinter Das sah aus der Onboard Perspektive sogar noch schlimmer aus Puh das war eine Szene völlig unnötig Nur weil ich den da überhol vor der Gerade Ich vollidiot Wirklich Ah shitbox ist das Fenster jetzt geöffnet Somit vielleicht eine Undercut Chance Verpinnt Oh Fast das Auto in die Wand gehauen Ey dass solche Sachen immer wieder passieren Was ist das denn Mann Wir sind im 5. Gang du Arschloch Da ist ja auch Gasly vorbei Ja 50 Positionen verloren Schaden Verbremst jetzt auch noch Weil ich mich aufrege ohne Ende Obwohl ne das war eigentlich ganz gut Können wir uns jetzt vielleicht Gasly schnappen an dieser Stelle Ey so ein Müll So ein bodenloser Müll Oh rei Warte meine Lieblingskur Okay jetzt ganz schnell wieder runterkommen Alter das ist nie gut so abgefuckt zu fahren Okay irgendwie alles nochmal Highfix okay gelöst Aber ja Den Flügel werden wir wahrscheinlich wechseln müssen jetzt Also das ist für den Arsch Ich meine die Reifen sind jetzt auch noch nicht so schlimm Also darauf kannst du den Dreher auch nicht schieben Das sind nicht mal bei 30% Das sind Mediums Das muss gehen im 5. Gang Mann Mein Gott Das muss doch einfach gehen Wer macht dieses Handling Wundervoll Wundervoll Ab geht's an die Box Schön dass das Rennen sich so positiv entwickelt hat In dieser letzten Runde Das sieht man doch immer gerne Oh die wechseln den Flügel nicht Die wechseln den Flügel nicht Natürlich wechseln die den nicht Ja ist ja nur Ein halber Flügel gefühlte Ja und ein schlechter Stopp auch noch man Na klar War ja nur auf Auto Mit einem halben Flügel Der fast fehlt Ist ja klar dass man den dann nicht wechselt Natürlich nicht Wofür gibt es diese Autoeinstellung eigentlich Wofür gibt es die Ich weiß es nicht Ja Pit Limiter muss man nicht deaktivieren Klar Ach leck mich am Arsch Wirklich Ja jetzt fahren wir hier mit einem untersteuernden Scheißboot rum alter Und wir haben Getriebeschaden Gott sei Dank Ja Ja Das ist so mit der beste Motorschaden jemals Wir müssen das Ding nicht zu Ende fahren Ey Da haben wir unseren Motorschaden Der kommt nach dem WM Titel Gott sei Dank Danke für die Erlösung alter Das hätte ich hier doch ganz ganz ausatmen können Ich war gerade in einer ganz anderen Stimmung hier unterwegs man Okay Das nehme ich gerne Danke Weil Punkte hätten wir hier so nicht geholt Danke Das ist mal Also ich sag oft in solchen Rennen Warum kommt denn jetzt kein Motorschaden Immer wenn es gut läuft Ne Das kann man diesmal nicht sagen Jetzt kommt er wirklich einmal Perfekt Unglaubliches Timing dafür Und das ist der erste in unserer Saison Und hier sind sie Auf dem Weg zum Podest Ein hart erkämpfter Sieg heute für das Team Den es mit Sicherheit auskosten wird Der Gewinner von heute Team Williams Das ist der erste στην WM Titel Und hier ist der erste in der letzten WM Titel Es ist tatsächlich ein Williams-Doppelsieg. Unser altes Team bringt dieses überragende Qualifying über die Linie, holt sich auch die maximale Punktzahl, hier kein Red Bull auf dem Podium, aber die 22 Punkte zu den sechs von uns reichen, um den Konstrukteurs-Titelkampf nach Abu Dhabi zu verlegen. Ja gut, wir haben da heute jetzt auch nicht viel zu beigetragen, aber ehrlich gesagt, auch wenn das alles clean gewesen wäre am Ende und wenn wir nicht ausgeschieden wären, ob das hier heute Punkte geworden wären, keine Ahnung. Hätte sein können, dass wir vielleicht da irgendwo so eine all unsere Hamilton-Position eingenommen hätten, aber das hätten auch gut und gerne mit einem clean Rennen heute keine werden können, weil die Pace einfach für den Arsch war und somit, ja, dankbarer, dankbarer Moment für den Motorschaden. Ähm, ja. Krall, Alter, was für ein Rennen, Mann. Was für ein Rennen. Zeig mal her, was bedeutet das jetzt in der Fahrerwärmung? Gut, die ist egal, ne? Von mir aus sind es da auch am Ende, was vier Punkte oder was es noch sein können. An der Spitze, nee, nicht mal. Äh, also wir werden so oder so einen guten Puffer haben, aber das ist auch nicht wichtig. 38 sind es hier, ja. Also da braucht es schon ein Drama in Abu Dhabi und eine richtig gute Leistung von Red Bull. Aber dennoch, äh, also dafür, dass wir so souverän eigentlich Weltmeister geworden sind, so früh vor dem Ende, ist es schon krass, dass das hier noch so knapp ist, ne? Die Konstrukteurswärmung ist knapper als die Fahrerwärmung an der Spitze. Sehr wild. Sehr, sehr wild. Williams übrigens hat jetzt 82 Punkte. Und davon kamen gerade 43 aus einem Rennen. Das ist unfassbar. Und die sind auch in der Performance jetzt nicht auf wundersame Weise irgendwie vorgekommen. Hä, doch. Die haben sich halt so ein bisschen angeschlossen an diese Top-Teams. Also das war jetzt keine Weltwunderleistung hier, wenn man das so sieht. Aber trotzdem erwartet man das von einem Williams nicht, dass die einen Doppelsieg holen. Aus dem gar nichts. Aber das freut mich so sehr für unser altes Team. Das ist echt, echt cool. Wenn wir das Ding schon nicht gewonnen haben hier, dann soll es denen sehr, sehr gegönnt sein. Irgendwie einen minimalen kleinen Anteil haben wir daran ja vielleicht auch. Durch unsere Zeit beim Team, keine Ahnung. Äh, ja. Das war's. Ganz enttäuschendes Rennen. Ganz, auch frustrierend ohne Ende. Beim nächsten Mal geht's dann zum Finale nach Abu Dhabi. Und da geht's leider noch um was für uns. Ich wäre da sehr gerne einfach so hingegangen nach dem Motto, Hauptsache nochmal cooles Rennen haben. Aber nein. Wir kämpfen dort noch um einen WM-Titel. Den wir hoffentlich auch klar machen können, ne? Den wir hoffentlich klar machen können. Natürlich sieht's gut aus, aber... Wenn ich das hier gerade sehe und allgemein so die letzten Rennen, bin ich auch nicht so zuversichtlich, dass das in Abu Dhabi super gut wird. Also typischerweise ist... Ja, da waren jetzt zweimal Sechster im Williams. Okay, aber... Hm? Also so ein schlechtes Rennen in Abu Dhabi sehe ich schon. Es ist vorstellbar, finde ich. Es kann natürlich auch gut laufen, klar. Aber muss es auf keinen Fall. Das ist nicht so eine Strecke, die ich sehe und mir denke, ah ja, easy Podium. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, so eine Strecke gibt's gerade gar nicht mit unserer Performance. Äh, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, beim Finale dieser Saison. Hoffentlich etwas positiver als hier. Das war nämlich echt nix. Bis zum nächsten Mal.